Herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Henn96. Hannover 96 steht vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Karlsruher Sportverein am Freitag, dem 29.04.2022. Das wird ein sehr wichtiges Spiel werden. Hannover 96 braucht aus meiner Sicht noch für den sicheren Klassenerhalt einen Sieg. Mindestens einen Punkt, weil ich nicht davon ausgehe, dass Dresden drei Spiele gewinnt. Bei zwei Spielen wäre ich mir da nicht so sicher, vor allem weil Dresden auch noch gegen drei Teams spielt, die sie durchaus schlagen können. Auch wenn sie in der Rückrunde bekanntlich noch keinen einzigen Sieg geholt haben. Heute in diesem Video geht es aber um eine andere Thematik, nämlich um einen möglichen Trainerwechsel von Hannover 96. Ja, alle Jahre wieder könnte man sagen, da muss ich etwas einschreiten, weil nicht alle Jahre wieder, sondern gefühlt alle sechs Monate wechselt 96 den Trainer. Das ist sehr bedenkenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Unabhängig von der jeweiligen Person ist das keine Konstanz. Wir brauchen Konstanz auf dieser Position. Deswegen muss der nächste Trainerwechsel sitzen. Der muss funktionieren. Der Trainer muss funktionieren. Vor allem muss er harmonisch mit dem Sportdirektor gut zusammenarbeiten und was aufbauen. Nicht, dass man im Dezember oder im November oder im Januar wie auch immer wieder da steht mit leeren Händen und muss den Trainer wieder wechseln. Ja, Christoph Dabrowski ist ja im Dezember eingesprungen, nachdem Jan Zimmermann bekanntlich nach dem Karlsruhe-Spiel im Hinspiel mit 0 zu 4 entlassen wurde. Und danach kam dann Dabrowski erstmal für die drei Spiele bis Weihnachten, meine ich. Und dann wurde er dann festangestellt, aber mit einem Vertrag ausgestattet bis Ende Juni diesen Jahres. Jetzt war über die Medien, wurde berichtet, dass Stefan Leite, wo es zu 96 kommt, das Ganze ist noch nicht sicher. Deswegen steht es auch im Titel mit einem Fragezeichen hinter. Kommt Stefan Leite zu Hannover 96. Stefan Leite ist der aktuelle Trainer von Greuther Fürth, eine Bundesliga-Mannschaft, die höchstwahrscheinlich am Wochenende absteigen wird, wenn sie jetzt nicht jedes Spiel gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, auf Schützenhilfe bauen können. Und dass Greuther Fürth alleine schon eine Riesensensation erreicht hat, dass sie in der ersten Liga sind, das bestreitet ja keiner. Also hat Stefan Leite eine sehr gute Arbeit für Fürth gemacht. Die sind ja letztes Jahr direkt aufgestiegen, sogar auf Tabellenplatz 2, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise täusche. Also hat Stefan Leite eine sehr gute, eine sehr erfolgreiche Arbeit gemacht, vor allem mit wenig Mitteln viel gemacht. Und das könnte auch das Projekt sein, was 96 favorisiert, beziehungsweise anstrebt. Dass Hannover 96 eben durch Neuzugänge den Kader so verbessert, dass man vielleicht auch nächstes Jahr in der ersten Tabellenhilfe angreifen könnte. Von was anderem möchte ich persönlich überhaupt nicht reden. Ich finde, das Ziel nächstes Jahr sollte sein, ein einstündiger Tabellenplatz. Das wird schwer genug bei der Konkurrenz, die wir haben in der zweiten Fußball-Bundesliga, die gefühlt jedes Jahr stärker wird. Wir schauen mal, wer aufsteigt dieses Jahr. Schalke, Bremen gehen möglicherweise nach oben. Trotzdem werden Bielefeld, Stuttgart oder Hertha auf jeden Fall kommen. Vielleicht auch zwei von denen und Grotter Fürth sowieso. Also, ist noch nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass Grotter Fürth absteigen wird. Vielleicht wird sich da auch noch was ändern. Was weiß man ja nicht ganz genau. Und aus meiner Sicht wäre Stefan Leite auf jeden Fall ein guter Trainer. Stefan Leite ist Zweitliga-Erfahrung, was sehr wichtig ist, was die letzten Trainer nicht hatten bei 96. Wieder Zimmermann und Dabrowski haben Zweitliga-Erfahrung gehabt. Davor Kenan Kotschak, Zweitliga-Erfahrung bei Sandhausen. Hat ja auch am Anfang gut funktioniert, danach überhaupt nicht mehr. Und Stefan Leite war bei Ingerstadt, dann war er bei Grotter Fürth. Und hat da, wie gesagt, schon sehr gute Arbeit geleistet. Das Erstliga-Erfahren ist ein guter Trainer. Und jetzt möchte ich erstmal zu den Spielern kommen. Da gibt es nämlich auch Gerüchte, die zumindest durch die Medien gehen. Zum einen Max Bejuskow von Jan Regensburg, der zu 96 sechsen könnte, der ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Markwerk laut Transfermarkt.de 2 Millionen Euro. Der könnte von Regensburg kommen, das steht zumindest in den Medien. Dann könnte noch Phil Neumann kommen, ein Innenverteidiger aus Kiel, der auch, beziehungsweise auch ein Rechtsverteidiger, der praktisch die Position von Marcel Franke einnehmen könnte. Der mutmaßlich weggehen wird im Sommer, weil der Vertrag noch nicht verlängert worden ist. Und dann könnte noch Nikolas Kühn von Bayern München 2, meine ich, zu 96 kommen. Das ist ein Offensivspieler. Und dann könnte vielleicht, rein theoretisch, aber das ist wirklich nur ein Gerücht, Marco Hörer kommen von Waldhof Mannheim als defensiver Mittelfeldspieler. Das sind so die Gerüchte, die im Moment im Raum stehen. Ja, alles in allem nochmal zusammengefasst. Stefan Leite ist noch nicht sicher bei Hannover 96, aber er ist sicher nicht mehr bei Gräuter Fürth nach der Saison. Die nächsten Spiele macht er sowieso noch. Es geht sowieso erst ab dem 1.7. los für einen neuen Trainer bei Hannover 96, beziehungsweise wahrscheinlich ist er Trainingsauftakt vorher. Und dann werden wir die nächsten Tage mal schauen. Ich gehe davon aus, dass bis zum Karlsruhe-Spiel nichts passieren wird. Danach wahrscheinlich, 96 hofft wahrscheinlich, nach dem Klassenerhalt dann etwas melden zu können. Martin Kind hat heute Morgen beim NDR gesagt, dass Dabrowski noch nicht aus dem Rennen ist. Ist natürlich eine sehr taktische Aussage. Aber ich hoffe es und ich gehe auch davon aus, dass Stefan Leite wie die Medien berichten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sky und Kicker und NP und Hatz solche Falschinformationen haben, wo 96 nicht an Leite dran ist. Aber man weiß es immer nicht, wie es ausgeht am Ende. Trotzdem hoffe ich, dass 96 gegen Karlsruhe gewinnen wird. Mein Tipp 2 zu 1. Ich glaube, das wird ein sehr knappes, ein sehr enges Spiel, ein sehr wichtiges Spiel für Hannover 96. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bis dann und ciao.